Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem etwas anderen Video, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen, aber wie man so schön sagt, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen möchte ich noch etwas vorne hinweg greifen, was so bezüglich Mario Odyssey zu tun hat, denn wir wissen alle in gut fast einer Woche kommt Super Mario Odyssey raus. Was ich natürlich vielleicht playen werde, ist voll selbstverständlich klar und ich habe mal vorgenommen, mal sowas zu versuchen, was ich noch nie gemacht habe und mal schauen, ob ich es hinbekomme. Und zwar möchte ich ein Gewinnspiel machen, ihr könnt auf jeden Fall Super Mario Odyssey gewinnen, also das Spiel an sich, ist klar und dass ich das halt schon mal erwähne. Und deswegen, ja, damit ich es wenigstens, wie gesagt, schon mal erwähnt habe, damit ihr schon mal Bescheid wisst und so, das geht auf jeden Fall klar. Und wenn es dann soweit ist, es wird dann auf jeden Fall dann auch ein Unboxing dann noch kommen, wenn es dann soweit ist, wo ich das dann halt dann auch nochmal erwähne. Und, ja, das war eigentlich das, was ich nochmal sagen wollte. So, da kommen wir jetzt nur zu dem, was im Titel bereitsteht. Und zwar habe ich einen eigenen Discord-Server, womit ich erstmal etwas klarkommen musste, weil, ja, es ist schon ganz viel Zeug, was man alles machen kann. Und ich denke mal, was ich bis jetzt aufgebaut habe, so das Wichtigste, ja, ich denke mal, das geht klar, das geht schon klar, deswegen, jo, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne bei meinem Server auch gerne beidrehen. Und, ja, der Link ist genau der hier, auch in der Videobeschreibung auch nochmal verfügbar. Und, ähm, ja, dann würde ich mich gerne freuen, wenn der ein oder andere eventuell kommt. Also, ich wäre herzlich damit auf jeden Fall zufrieden. Das wäre schon cool. Ja. Und dann würde ich auch sagen, war es das eigentlich auch schon an der Stelle. Das war nur ein kleines Infovideo. Ich will es jetzt auch nicht so krass nochmal in die Länge strecken. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, das kleine Infovideo passt alles so weit so gut. Und, ja, würde ich sagen, bis zu einem weiteren Video. Und ciao, Leute, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ��